Hallöchen liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Mit diesem Video leite ich heute die King-Woche ein, denn ich habe für diese Woche zwei Videos geplant. Zum einen möchte ich heute das Ranking machen meiner King-Bücher. Ihr habt die Videos vielleicht schon bei Phil und Thorsten gesehen. Ich packe beide Videos mal unten in die Infobox. Denn Phil hat sich die Mühe gemacht und hat die kompletten King-Bücher in ein Ranking in einer Internetseite bei Tearmaker hineingebaut. Und ich fand das mega, mega spannend zu sehen, wie meine King-Siana-Kollegen hier im Grunde vorgehen, welche Bücher ihre Top 3 sind. Das finde ich tatsächlich schon sehr schwierig. Und ja, ich starte heute mit diesem Video in die King-Woche. Am Donnerstag möchte ich dann über die Sub-Bücher sprechen, die natürlich jetzt hier auftauchen werden. Da ich sie nicht gelesen habe, aber eben auch schon im Regal liegen und die ich mir für dieses Jahr ein wenig vorgenommen habe. Daher heute das etwas ungewohntere Setting, weil ich jetzt dann auch mit euch den Bildschirm teilen werde, damit ihr das seht. Und ich hoffe, dass das alles einigermaßen funktioniert. Ich bin ja technisch nicht ganz die Begabteste, aber es sollte irgendwie klappen. Und jetzt machen wir einfach mal den Schwing zum Bildschirm. Und ihr werdet mich dann jetzt nur noch ganz klein sehen, was auch absolut ausreichend ist. Und wir werden jetzt einfach mal sehen, welche Bücher ich wie, wo einteile welche gelesen sind und was am Ende dann tatsächlich meine Top 3 sind. Ich bin selbst ganz leicht nervös. So, ich hoffe, dass mit der Aufnahme funktioniert soweit. Also man sieht jetzt hier auch alle Bücher, die Phil in die Liste hineingegeben hat. Die sieht man hier unten und ja, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen gemeinsam vor. Ich weiß nicht, ob man sich das hier ein bisschen größer machen kann. Wir fangen einfach unten nach und nach mit den Büchern an, welche wir hier so ein bisschen haben. Das erste Buch ist Shining. Habe ich gelesen, fand ich tatsächlich persönlich eher so okay. Ich bin kein großer Fan von Shining und auch nicht von der Verfilmung. Ich finde beides so okay. Daher würde ich jetzt sagen eher mittelmäßig. Ja, das Institut ist ja eins seiner neueren Werke. Ich fand das tatsächlich richtig gut. Ich fand den Anfang ein bisschen mau. Es hat einen Moment gebraucht, bis wir tatsächlich im Institut und bei den Kindern angekommen sind. Und das fand ich aber dann mega spannend und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Daher würde ich das definitiv hin reinpacken zu denen ganz gut. Dann Frühling, Sommer, Herbst und Tod ist ja eine Kurzgeschichtensammlung, die mittlerweile, glaube ich, auch schon aufgeteilt wurde. Ich schaue da auch ganz gerne auf die King-Wiki-Seite, gerade wenn ich dann überlege, welche Bücher habe ich denn schon? Was möchte ich noch lesen? Was fehlt mir noch? Hier drin enthalten müsste auf jeden Fall die Verurteilten sein. Es müsste Stand by Me drin sein. Das ist ja die Leiche im Deutschen. Was war da noch mit drin? Gute Frage. Auf jeden Fall ein Kurzgeschichtenband, wo ich mich zumindest bei diesen Zweien dran erinnere. Es gibt noch ein ganz bekanntes Drittes. Ah, der Musterschüler. Genau, der auch sehr gut verfilmt ist mit Ian McKellen. Also hier würde ich definitiv sagen, ein Kurzgeschichtenband, der sehr gut ist und dementsprechend ganz gut gerankt wird. Ach ja, Richard Bachmann, Beckmann, wie auch immer wir ihn aussprechen möchten, mit Qual. Die habe ich nicht gelesen. Dadurch, dass mir Bachmann nicht ganz so gut gefällt, ich da definitiv meine Probleme mit ihm habe, ist das noch ein Ungelesener. Ja, Menschenjagd fand ich unfassbar langweilig. Da dementsprechend nicht so meins. Es gibt auch nur eine Flop 3, ich bin entsetzt. Ja, eine Geschichte müsste doch der Band sein, wo auch George R. R. Martin und Dan Simmons eine Geschichte hat. Oder verwechsel ich das jetzt mit Nachtvisionen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn es das ist, was ich vermute, also dass im Grunde das ist mit den drei anderen, dann fand ich tatsächlich die beste Geschichte. Ich glaube, von George R. R. Martin. Der Rest war eher so mau, daher eher nicht so meins. Und man erinnert sich auch einfach zu wenig am Ende daran. Und ja, das ist dann immer nicht ganz so einfach. Der Talisman mit Peter Straub ist ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, was aber schon auf dem Sub liegt. Und dementsprechend freue ich mich da drauf. Ja, Daditz, eine wunderbare Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und die definitiv auch zu seinen Besten gehört. Das ist aber auch schon ein ganzes Weilchen her, dass ich Daditz gelesen habe. Aber ich erinnere mich da noch sehr, sehr gerne dran an den Dreamcatcher. Es gibt da auch eine Verfilmung, die ich aber, glaube ich, auch nur eher so mau fand. Ja, der Outsider ist ja im Grunde eine Fortsetzung von der Bill Hodges Trilogie. Und ich habe den nicht gelesen, weil ich tatsächlich auch nicht der große Fan von Mr. Mercedes war und ich da die Reihe einfach nicht weiter verfolgt habe. Die Augen des Drachen ist ja ein Kinderbuch, was Stephen King, ich glaube auch mit Peter Straub zusammen für die beiden Kids geschrieben hat. Und auch die beiden Kinder der jeweiligen Autoren haben darin eine Rolle, fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Es ist natürlich Fantasy, ja, die ganz klassisch erzählt wird und er tatsächlich als Zielgruppe wahrscheinlich einfach die Kinder hat. Aber es war ganz gut. Wir haben das auch, glaube ich, damals irgendwie mal im Leseclub gelesen. War ganz gut. Finderlohn ist, soweit ich weiß, der zweite Teil der Bill Hodges Trilogie, habe ich dementsprechend nicht gelesen. Och, und jetzt kommen wir schon zu S. Und das ist natürlich, ja, ich mag es sehr, sehr gerne. Ich finde es faszinierend, was Stephen King hier in einem Meisterwerk geschaffen hat. Gehört es für mich zu den Top 3? Ha, das ist echt schwierig. Ich packe es mal in die Top 3. Ja, vielleicht gehört es aber auch nur zu den Besten. Ah, bin mir ja nicht ganz so sicher. Ja, Joyland war mal auch wieder etwas ganz, ganz anderes von Stephen King. Hat mir aber auch in Erinnerung zumindest sehr gut gefallen. Ich weiß, dass Phil nicht so viel damit anfangen konnte. Ich das aber relativ gut in Erinnerung habe. Und ich da definitiv dieses Jahr auch gerne den Reread mit Phil starte. Also, Phil, wenn du loslegst, sag Bescheid. Ich habe das in ganz guter Erinnerung. Und deswegen würde ich das Buch auch da hinschieben. Ja, See, was ja auch bekannt ist unter Misery. Wie ein Buch, das wirklich heftig ist und was ja in der Hütte spielt und wir hier einen Fan haben, der auf seinen Autor trifft und der will die Geschichte anders schreiben, wie er sich das im Grunde gedacht hat oder auch wünscht. Das ist natürlich die Horrorvorstellung jeden Autors. Ich weiß gar nicht, wie es da zum Beispiel George R. R. Martin geht mit den vielen Charakteren, die er hat sterben lassen. Ob es da böse Fanbriefe gab. Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Also, für mich gehört es definitiv mit zu den Besten. Habe ich auch schon zwei oder sogar dreimal gelesen. Finde ich wirklich toll. Also, das ist wahnsinnig, was da mit zwei Personen in einer Art Kammerspiel passiert und wie die beiden auch interagieren. Und ich finde das absolut großartig. Dann relativ frisch ist Quendys Wunschkasten. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren erschienen. Es kommt jetzt, glaube ich, auf 2021 eine Fortsetzung. Das war ganz okay. Aber eher so mittelmäßig. Also, ich habe mich da auch gefragt, warum man da wirklich eine gebundene Ausgabe draus macht. Das hätte für mich in der Sammlung mit Kurzgeschichten auch absolut ausgereicht. Es war ganz spannend, aber ja, es war eher okay. Dann Erhebung war tatsächlich nicht so meins. Es ist auch eine Kurzgeschichte, die einzeln erschienen ist. Und ich habe da nicht ganz verstanden, was er mir mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte. Ja, ich fand die eher so. Ja, das Spiel super spannend, wenn hier ein paar Fesselspiele machen und er dann tot umfällt und die Frau gefesselt am Bett ist. Eine Horrorvorstellung und ich habe mich dann auch nie wieder an irgendeinem Bett ketten lassen. Ja, das ist echt eine sehr lebendige Vorstellung, die ich da leider habe. Gehört für mich definitiv zu den Besten. Es gibt auch eine Netflix-Verfilmung, die ich sehr empfehlen kann, weil besonders Dinge, die im Buch im Kopf passieren, sehr, sehr gut dargestellt wurden und richtig Spaß gemacht haben. Ja, jetzt kommen wir zu der Dunklen Turm-Reihe und da muss ich jetzt so ein bisschen schauen, welcher Teil hier was ist, weil ich habe da nur den ersten gelesen und das war ja, und auch den zweiten. Und das erste war ja, ich bin jetzt mal am überlegen, müsste ja schwarz gewesen sein. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter hinten kommen. Und der zweite Band ist dann ja, glaube ich, drei. Den habe ich abgebrochen, also definitiv für nicht so meins, während ich tatsächlich schwarz dann wahrscheinlich zu den Flops packen würde. Ich habe Wind dementsprechend nicht gelesen. Was gehört da noch dazu? Susanna habe ich auch nicht gelesen. Ich habe es jetzt auch erst mal nicht mal vor, hier weiterzumachen. Auch der Turm ist nicht gelesen. Ja, es kommen jetzt, glaube ich, einige. Es sind ja insgesamt, ja, doch ein paar Bücher, die zur Dunklen Turm-Saga gehören. Es wird mich dann wahrscheinlich beißen. Hier Wolfsmond und dann noch Glas. Und schwarz war absolut ein Flop. Also ich, ja, habe das damals gelesen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was Stephen King hier erschafft. Und ja, ich weiß, dass es in der Dunklen Turm-Reihe dann definitiv Sinn macht, wie der erste Teil aufgebaut ist. Und ich habe ja dann auch mit dem zweiten Band mit drei weitergemacht, weil mir eine Kurzgeschichte so gut gefallen hat. Aber ja, es ist nicht so meins. Oder noch nicht. Vielleicht sehe ich das in 10, 20 Jahren auch anders. Man soll ja niemals nie sagen. Und jetzt kommen wir schon zu einem absoluten Highlight. Und das ist definitiv für mich Friedhof der Kuscheltiere. Das gehört definitiv in die Top 3. Warum ist denn das keine Top 5? Ja, Friedhof der Kuscheltiere. Definitiv das wohl von mir meist gelesene Buch von Stephen King. Was mich immer wieder erschüttert, wie grauenhaft, gruselig und realistisch trotz allem dieses Buch ist, dass da im Grunde ein Friedhof ist, der irgendwas zurückkommen lässt. Und ja, also für mich auch eine persönliche Horrorvorstellung. Aber grandios. Also es ist wirklich, finde ich, der mit der beste Stephen King. Und ja, was soll ich sagen? Kommen wir zum Monstrum. Das müsste ja Tommyknockers sein. Das habe ich gelesen und in okay Erinnerungen. Also ich würde es tatsächlich dann eher so mittelmäßig packen, dadurch, dass ich da nicht viele Erinnerungen habe. Das Leben und das Schreiben von King ist ja eher ein Schreibhilfebuch und kein klassischer Roman. Habe mich tatsächlich noch nie so richtig interessiert, weil ich auch nicht vorhabe, ein Buch zu schreiben. Daher ist das ein nicht gelesen Buch. Blutige Nachrichten ist eine Kurzgeschichtensammlung aus 2020. Ich glaube mit vier oder fünf Geschichten und ich habe die nur so in okay Erinnerung. Es ist auch wieder eine dabei, die die Bill Hodges Trilogie bzw. den Outsider irgendwie weiterführt. Die konnte ich auch ganz gut lesen, auch ohne das vorher so richtig gekannt zu haben. Aber man wird da definitiv gespoilert. Für mich eher so eine mittelmäßige Sammlung. Ja, Wahn habe ich auf dem SUP. Ist noch nicht gelesen. Jetzt wird es hier ein bisschen eng. Amok ist ja auch ein Bachmann und das war einfach nicht so meins. Also ich habe das gelesen, fand es auch irgendwie, ja, ich weiß, was er mir damit erzählen wollte mit diesem Schulamoklauf. Ist ja auch mittlerweile so, dass das Buch nicht mehr gedruckt wird und auch nicht mehr neu gibt. Aber ja, es war nicht so meins. Dolores wiederum habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung. Ist aber auch schon lange, lange her, dass ich das tatsächlich gelesen habe. Revival war mal wieder etwas ganz anderes von King und fand ich definitiv auch sehr, sehr gut. Ich fand auch diese Idee mit der Religion und dem Priester und ich habe das Ende auch in sehr guter Erinnerung. Und das finde ich definitiv war ganz gut. Bassa der Bösen Träume war ein Kurzgeschichtenband, ich glaube mit einigen vielen Geschichten. Ich kann mich nur vage an wenige erinnern. Ich bin ja nicht der größte Fan der Kurzgeschichten, daher für mich wahrscheinlich eher mittelmäßig. Love von Stephen King ist auch schon ein ganzes Weichen her. Ich weiß gar nicht, wann das erschienen ist. Habe ich gelesen, habe ich auch eher nur so in Okay-Erinnerung. Ich wüsste nicht, ja, ich kann mich da nur sehr vage dran erinnern. Das Bild habe ich im letzten Jahr gelesen, war für mich ein Highlight. Und ist dementsprechend definitiv eins seiner Besten, weil es so einen Alltagsgrauen tatsächlich zeigt. Und ja, hat mir definitiv sehr, sehr, sehr gut gefallen. Zwischen Nacht und Dunkel habe ich auch jetzt 2020 gelesen. Hat vier Kurzgeschichten, die es alle vier in sich haben und die ich wirklich großartig fand. Gehört definitiv auch zu seinen Besten. Besonders, weil es dann natürlich auch, also es gibt nicht so viele Kurzgeschichten, die mich packen. Hier haben wir auch eher vier Novellen. Die fand ich wirklich mega. Also die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Stark, The Half Dark Half oder wie das heißt. Habe ich gelesen, finde ich definitiv auch ganz gut. Gut, hat natürlich schon, ja, hat wieder so eine Wendung drin, die für mich typisch King ist und ja, die mir sehr gut gefallen hat. In einer kleinen Stadt gehört definitiv zu seinen Besten. Also wenn da das Böse in das Städtchen kommt und die Leute sich Dinge wünschen und ja, großartig. Also gibt es auch eine alte Verfilmung, die ich aber auch ein bisschen trashig, aber ganz gut in Erinnerung habe. Sarah, haben wir glaube ich 2019 auch irgendwie im Leseclub oder so gelesen, habe ich auch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und dementsprechend auch in ganz guter Sleeping Beauties, als alle Frauen das Schlafen anfangen, fand ich tatsächlich auch sehr gut, wenn es auch die ein oder andere unnötige Länge hat. Nichts gegen Längen, aber ja. Atlantis, für mich wirklich auch eins der tollen Bücher von Stephen King, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Auch die Verfilmung mit Anthony Hopkins richtig, richtig toll finde. Und ja, ich das in sehr guter Erinnerung habe und ich das glaube ich sogar schon zweimal gelesen habe. Dann ist einem natürlich sowas ein bisschen mehr in Erinnerung. Aber man greift auch nicht bei jedem King dazu, ein Reread draus zu machen. Ja, Blut, das ist glaube ich der Teil der Skeleton Crew. Den habe ich auf dem Sub dementsprechend noch nicht gelesen. Sunset war ebenfalls ein Kurzgeschichtenband, den ich eher so mittelmäßig fand. Auch da gibt es immer mal eine Geschichte, die sehr gut ist, aber tatsächlich eben nicht alle, ja, im Grunde so großartig sind und, ja, dementsprechend einfach mittelmäßig. Colorado Kid habe ich noch nicht gelesen. Den Todesmarsch habe ich gelesen und ich fand es unfassbar langweilig. Also ich kann die Faszination für dieses Buch definitiv nicht verstehen. Ich, ja, wieder alle laufen und laufen und laufen. Für mich definitiv ein großer Flop, weil ich mir das so viel erwartet habe. Daher definitiv in den Flop 3. Regulator ist ja ursprünglich Danze, Danze, Makabre, wenn ich mich recht erinnere. Und das habe ich nicht gelesen. Der Buick, da kenne ich sowohl Buch wie auch Verfilmung, war so eher mittelmäßig. Also es gibt da schon die ein oder andere Szene, die ich in guter Erinnerung habe, aber es war eher so okay. Im Kabinett des Todes sind auch Kurzgeschichten. Da würde ich auch sagen, bei Kurzgeschichten ist es sehr häufig eben einfach ein mittelmäßig, weil da sowohl eben sehr gute als auch einfach schlechte dabei sind. Und dementsprechend packe ich es hier in mittelmäßig. Eingesicht in der Menge habe ich auch 2020 gelesen und fand ich tatsächlich ganz gut. Also für eine Kurzgeschichte, die auch wieder merkwürdigerweise allein in einem Hardcover war, ja, fand ich das ganz gut. Wenn man das in Relation setzt, ich glaube, das Hardcover mit 100 Seiten, wenn überhaupt, hat irgendwie 10 Euro gekostet, finde ich das schon heftig. Aber habe ich in sehr guter Erinnerung. Vier nach Mitternacht habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Zumindest kann ich mich da nicht daran erinnern. Dann geht es weiter mit Desperation. Auch das habe ich noch nicht gelesen. Dr. Sleep, im Grunde die Fortsetzung zu Shining, habe ich gelesen. Fand ich tatsächlich sogar eine Spur besser als das Shining selbst. Aber es war tatsächlich auch eher so mittelmäßig. Das Feuerkind hat mir sehr, sehr gut gefallen. Möchte ich in diesem Jahr auch rereaden. Gehört für mich definitiv zu seinen Besten, weil wir hier auch ein Kind haben, was sehr in Erinnerung bleibt und eindrücklich ist und mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dead Zone müsste doch theoretisch das Attentat sein. Das habe ich auch gelesen. Fand ich tatsächlich auch ganz gut. Also besonders gegen Ende, als die Wendung dann so auftaucht, gefällt mir sehr gut. Mind Control müsste der dritte Teil, der zu Finderlohn und zu Bill Hotsches sein, dementsprechend noch nicht gelesen. Das Schwarze Haus mit Peter Straub habe ich, soweit ich mich erinnern kann, gelesen, habe es aber gar nicht groß in Erinnerung. Wahrscheinlich ist es deswegen auch eher ein mittelmäßig. Ist aber, glaube ich, auch schon ein ganzes Weilchen irgendwie her. Schlaflos müsste Insomnia sein und eigentlich war das, glaube ich, bei mir in einem Kurzgeschichten-Band. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich auch nur so in vager Erinnerung dementsprechend eher mittelmäßig. Und jetzt wird das Ganze hier schon ein bisschen enger. Vielleicht müssen wir das Bild einen Hauch kleiner machen. Sprengstoff von Bachmann habe ich, soweit ich weiß, nicht gelesen. Die Arena, ja, Under the Dome. Ein Wälzer, der mir in manchen Szenen unglaublich gut gefallen hat, gerade wenn so diese Gruppendynamik aufkommt. Aber an mancher Stelle auch schon ganz schön, ja, es lang war. Also ich würde sagen, ist ganz gut, aber ja, da hätte man durchaus auch noch was Besseres draus machen können. Und es wird hier immer gefühlt enger und enger. Albträume habe ich, glaube ich, auf dem Sub dementsprechend noch nicht gelesen. Brennen muss Salem habe ich in sehr guter Erinnerung. Daher wirklich auch ein ganz gutes Buch von ihm. Puls war so gar nicht meins. Also ich weiß, dass es da auch eine Verfilmung gibt, die ich irgendwann auch mal angefangen habe zu schauen. Aber das hier mit den Smartphones, mit den Handys, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Langolias beinhaltet ja, ist in Langolias nicht Insomnia. Bringe ich da jetzt was total durcheinander? Weil ich dachte, schlaflos ist in Langolias drin. Wahrscheinlich irgendwie nicht. Vielleicht bringe ich jetzt tatsächlich was durcheinander. Kann durchaus sein. Langolias müsste ja zwei Geschichten beinhalten. Also zum einen Langolias, das ist das mit dem Flugzeug. Und ich hätte gedacht, das wäre auch schlaflos. Aber wahrscheinlich bringe ich jetzt tatsächlich mit schlaflos irgendwas durcheinander. Sollte man mal King Wiki befragen. Und beinhaltet der geheime Garten, das geheime Fenster. Zwei Geschichten, die mir in sehr, sehr guter Erinnerung sind. Und dementsprechend auch bei ganz gut einzustellen sind. Ja, The Stand habe ich noch nicht gelesen. Der Fluch ist tatsächlich mein Favorit unter den Bachmanns. Und war wirklich, ich würde sogar sagen, das gehört definitiv zu seinen Besten. Weil er da definitiv mehr King war als Bachmann. Und das mag jetzt total merkwürdig klingen. Aber man merkt seinen Unterschied schon, welcher Autor er gerade ist. Und der Fluch, wo hier im Grunde einer immer dünner wird, weil er verflucht wurde von einer Zigeunerin. Darf man das noch so sagen? Ja, fand ich auf jeden Fall. Ja, gehört für mich definitiv zu den besten Büchern. Ja, Carrie, sein erstes Buch. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich denke, es ist irgendwie nicht so meins. Also ich weiß, was man daran findet, warum man es gut findet, warum Leute das wirklich feiern. Ja, ich kann da, werde da nicht so richtig abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt haben wir hier nochmal Danze Mascabre. Aber ich dachte, das hatten wir vorhin schon. Ich bin irgendwie irritiert, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ich hatte das vorhin ja gesagt, dass ich das nicht gelesen hatte. Dementsprechend, vielleicht habe ich mich da mit dem Regulator irgendwie. Ich bin mir gerade ziemlich unsicher. Ich müsste da in meiner Liste bei King Vicky mal nachschauen. Aber habe ich definitiv nicht gelesen. Christine, nochmal ein Auto. Auch das habe ich tatsächlich in guter Erinnerung, aber jetzt auch nicht viel mehr sozusagen. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein Level mit dem Buick hatte. Ja, vielleicht setze ich die Autos einfach nebeneinander. Ja, Mr. Mercedes ist gelesen und war definitiv nicht so meins. Der Green Mile gehört für mich definitiv in seine Top 3. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ja, gehört für mich in die Top 3. Und dann wird es eigentlich schon knapp, weil ich sehe mindestens nur ein Buch, was da oben hin muss. Und ja, Cuccio, der Hund, der Bernhardina. Auch eine ganz coole, wenn auch etwas trashige Verfilmung. Fand ich definitiv gehört zu seinen Besten. Das Mädchen, eine Geschichte, die ich auch schon drei, vier Mal gelesen habe, gehört für mich auch definitiv zu seinem Besten. Colorado Kid. Ich dachte, das hatten wir auch schon. Ich bin hier verwirrt. Gibt es hier Sachen doppelt? Aber ich weiß, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Colorado Kid habe ich auch noch nicht gelesen. Und jetzt kommt eigentlich so mit das beste Buch schlechthin von King. Und zwar ist das der Anschlag, wo es ja um das John F. Kennedy Attentat geht. Und das ist definitiv für mich... Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, was ich da oben rauswerfe. Was natürlich schwierig wird. Kann ich nicht eine Top 4 einfach draus machen? Nein. Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich es mitnehmen. Und würde sagen, meine Top 3. Friedhof der Kuscheltiere, der Green Mile und der Anschlag. Ja, definitiv. Eine Top 5 wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen angenehmer gewesen. Wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse, ich glaube, zwei Bücher. Der Vampir. Nee, der Werwolf. Und da gibt es auch zwei Bücher, wenn ich mich nicht irre. Von Tarka Mills und noch irgendwas. Die habe ich jetzt bewusst hier gar nicht irgendwie gesehen. Und ja. Aber ja, sehr, sehr cool. Also es ist schon spannend. Also wenn man tatsächlich von einem Autor so viele Bücher schon kennt. Und ich kenne ja definitiv mehr, als ich nicht kenne. Ja. Also ist schon das in so ein Ranking zu bringen. Oh mein Gott. Ja. Also ja. Ja. Meine Top 3. So schwer es mir tatsächlich echt fehlt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, lieber eine Top 5 machen. Und würde dann noch es und wahrscheinlich das Mädchen. Oder in einer kleinen Stadt. Ja, da wären wir schon wieder bei einer Top 6. Aber ja. Meine Top 3. Friedhof der Kuscheltiere, der Green Mile und der Anschlag. Stehen jetzt sozusagen fest. Und schon sind alle Stephen Kings mehr oder weniger gerankt. Es ist echt. Also mir tut die Top 3 doch ein bisschen weh. Aber ja. Ich bin ganz happy darüber, wie wenig Bücher eigentlich auf dem nicht gelesenen Stapel gelandet sind. Und dass es eben durchaus eben auch Gründe gibt, warum die da draufstehen. Also wenn es eben Fortsetzungen sind zu Büchern, die ich nicht weiterlesen möchte. Allein beim Dunklen Turm sind dann ja schon einige Bücher sozusagen weg. Aber ja. Natürlich auch einige, die ich auf dem Sub habe. Und die werde ich euch dann am Donnerstag zeigen. Auch so ein bisschen, ja. Wie da mein Plan ist für dieses Jahr, wie ich die lesen möchte. Wann ich die lesen möchte. Es wird auch den ein oder anderen Reread von Stephen King geben, den ich mit lieben Freundinnen lesen werde. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ja. Ich packe, wie gesagt, die beiden Videos von Phil und Thorsten unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und wenn ihr Lust habt und vielleicht auch den ein oder anderen King einfach schon gelesen habt und Lust drauf habt, mal zu sehen, wie ihr das einpackt. Ich packe auch diese Tiermaker-Seite unten einfach mal mit rein. Da gibt es auch allerhand andere Listen, wie ich das gesehen habe. Und ja. Ich wünsche euch da einfach ganz viel Spaß bei den Listen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn auch eher ein bisschen Kopf zerbrechen. Aber das gehört natürlich auch so ein bisschen bei dieser Aufgabe mit dazu. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Eure Steffi. Helle Steffi. Tück.